Wenn die Ferien vorbei sind. Oh ne, es geht wieder los! Endlich sind die Ferien vorbei und ich kann meine Schüler wieder richtig ärgern und erst mal eine Strafarbeit verteilen. Und fünf Minuten vor meinem Wecker bin ich auch wach. Ich bin aber vorbereitet, ich hab da eine gute Idee. Mama, ich bin krank! Na was ein Zufall, immer nach den Ferien bist du krank. Aber bis heute Morgen um fünf hab ich dich schreien und beim Zocken. Da tut nichts weh, gell? Oh, hast du das gehört? Das Spiegel mach ich nicht mit. Steh jetzt auf, du gehst in die Schule. Guck, guck, hier sind 50 Grad. Ich kenn den Trick von deinem Vater. Der hat den Thermometer auch immer an die Lampe gehalten. Nee, niemals würde ich dich anlügen. Nur ein kleiner Tipp am Rande. Wenn hier 50 Grad steht, bist du schon lang tot. Du solltest bald 40 aufhören. Ach, verdammt Papa! Sch själv, hörst du dich. Ja, die